Hallo und herzlich Willkommen! Das nun folgende Video ist Teil unserer Videoreihe Erste Schritte mit JTL. In dieser Videoreihe bauen wir schrittweise und beispielhaft mit Ihnen zusammen einen Online-Handel auf, den Sportbedarf Sommer. Stellen Sie sich also vor, Sie würden einen Online-Shop für Sportbekleidung und Sportzubehör führen. Bevor wir mit JTL-Wawi und JTL-Shop loslegen können, müssen beide Systeme erst mal verbunden werden. Das werden wir als allererstes machen. Wir werden dann einen Fußball, den wir im Shop verkaufen möchten, ein wenig erweitern, um ihn für Suchmaschinen leichter auffindbar zu machen. Der Fußball stammt übrigens aus unserem Erste-Schritte-Video mit JTL-Wawi. Danach werden wir den Fußball zu unserem Shop schicken. Als nächstes schauen wir uns an, wie wir Angebote im Shop anpassen. Das machen wir am Beispiel Preis. Was wäre der Sportshop Sommer ohne entsprechendes Logo? Wir werden uns im Admin-Bereich vom Shop einloggen, um unser Logo im Shop zu hinterlegen. Zu guter Letzt schauen wir uns an, wie wir Bestellungen aus dem Shop abholen. Wenn Sie einen Test-Shop oder ein produktives Hosting von uns erhalten haben, schicken wir Ihnen eine E-Mail mit allen wichtigen Zugangsdaten zum Shop. Wir werden den Shop jetzt Schritt für Schritt mit JTL-Wawi verbinden und auf alle Daten eingehen. Falls Sie den Shop selbst installiert haben, stehen diese Zugangsdaten auf der Installationsabschlussseite. Wir gehen in diesem Video von einem Hosting- bzw. Test-Shop aus. Das Verfahren ist aber dasselbe. Wir lassen die Mail mit den Zugangsdaten offen und öffnen zunächst JTL-Wawi. Eingeloggt gehen wir in das Menü Online-Shop und wählen Online-Shop-Anbindung aus. Wir legen einen Shop an und müssen jetzt die Daten aus der E-Mail eintragen. Ganz oben tragen wir den Lizenzschlüssel aus der Mail ein. Den Namen können wir frei wählen. Er wird uns überall in JTL-Wawi angezeigt, wo wir Einstellungen bezüglich des Shops vornehmen können. Die Firma muss ausgewählt werden. Alle Bestellungen, die über den Shop reinkommen, werden über diese Firma abgewickelt. Auch z.B. das Impressum im Shop wird anhand der hier gewählten Firma befüllt. Unter Web-Server-Angaben müssen wir die Verbindungsdaten aus der Mail eintragen, also URL, Benutzer und Passwort. Wir klicken auf Verbindung testen und erhalten eine positive Rückmeldung. Es gibt drei Standardwerte, die in jedem JTL-Shop gesetzt werden müssen. Das ist die Währung, die Sprache und die Kundengruppe. Wenn ein Gast den Shop aufruft, werden ihm jetzt standardmäßig die Preise in Euro und der Shop auf Deutsch angezeigt. Außerdem geht der Shop davon aus, dass jeder Kunde erst mal ein Endkunde ist. Nähere Informationen über die Standardwerte erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation. Exkurs – Module aktivieren Falls Sie einen Test-Shop einrichten, erhalten Sie in der Mail außerdem noch einen Lizenzschlüssel für das Konfigurationsmodul. Shop-Module werden aktiviert, indem wir auf Module für JTL-Shop aktivieren klicken und hier den Lizenzschlüssel eintragen. Falls Sie kein Konfigurationsmodul nutzen, können Sie diesen Schritt natürlich überspringen. Damit haben wir Online-Shop und Warenwirtschaft erfolgreich verbunden und wir klicken auf OK, um die Shop-Einstellungen zu schließen. Exkurs – Suchmaschinen Sie möchten, dass Ihr Angebot später auch bei Google gefunden wird? Die folgenden Einstellungen sind rein optional, aber für einen erfolgreichen Shop-Einsatz empfohlen. Wir wechseln in der Artikelverwaltung in unsere Kategorie Mannschaftssport – Zubehör und öffnen unseren Fußball mittels Doppelklick. In den Artikeldetails wechseln wir in den Reiter Beschreibung. Die Kurz- und die normale Beschreibung haben wir uns schon im Erste-Schritte-Video für JTL-Wawi angeschaut. Diesmal gehen wir in den Reiter Metadaten. Hier werden Einstellungen zur Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO getroffen. Im Feld URL-Pfad können wir festlegen, unter welcher URL unser Fußball erreichbar sein wird. Einträge im Titel-Tag können wir schön in der Google-Vorschau kontrollieren. Auch Meta-Keywords und die Meta-Description können Sie hier pflegen. Damit sind wir mit der Aufbereitung des Artikels fertig. Natürlich lassen sich noch andere, vielfältige Optimierungen für die Auffindbarkeit machen. Artikel zum Shop übertragen Es ist soweit. Sie möchten Ihren Artikel im JTL-Shop anzeigen lassen. Dazu wechseln wir als nächstes in den Reiter Allgemein. Unten öffnen wir den Reiter Online-Shops. Unser angelegter Sport-Shop Sommer wird jetzt hier gelistet, weil wir ihn eben eingerichtet haben. Wenn wir die Checkbox aktivieren, öffnet sich ein Fenster, in dem wir entscheiden können, welche Bilder wir im Shop für den Fußball verwenden möchten. Wir lassen hier alle Ausgabeplattformen vorausgewählt und schauen uns das auch sofort näher an. Dafür wechseln wir in den Reiter Bilder. Durch die Einrichtung des Shops steht uns nun der Reiter Online-Shops zur Verfügung. Wir können unseren Sport-Shop Sommer auswählen und auf der rechten Seite sehen wir, dass alle Bilder für den Shop aktiviert sind. Wir können mit den Checkboxen bestimmen, welche Bilder zum Shop geschickt werden und die Reihenfolge der Bilder mittels der kleinen Pfeile im unteren Bereich anpassen. Das oberste Bild wird das Hauptartikelbild im Shop sein. Jetzt können wir speichern, da wir mit dem Artikel fertig sind. Eine Sache müssen wir aber noch erledigen, bevor wir unseren Artikel zum Shop übertragen können. Nicht nur die Artikel, sondern auch die Kategorien, die Sie im Shop anzeigen lassen möchten, pflegen Sie in JTL-Wawi. Jeder Artikel muss mindestens einer shop-aktiven Kategorie angehören, damit er im Shop angezeigt wird. Wir müssen also noch unsere Kategorien für den Shop aktivieren. Dafür öffnen wir die Kategoriedetails mittels Doppelklick. Genau wie in den Artikeldetails können wir unten rechts mittels Checkbox die Kategorie aktivieren. Auch für die Kategorie öffnet sich das Fenster, in dem wir festlegen können, ob wir Bilder für die Kategorie zum Shop schicken möchten. Da wir in unserer Kategorie keine Bilder hinterlegt haben, spielt die Auswahl für uns keine Rolle. Bei Kategorien gibt es noch die Besonderheit, dass wir entscheiden können, ob wir alle Unterkategorien und Artikel oder nur die Artikel mit online schalten möchten. Wir möchten alles hochladen, daher wählen wir alle Unterkategorien und Artikel aus. Dieser Schritt ist übrigens eine häufige Fehlerquelle. Also wenn Sie mal einen Artikel aktivieren und er nicht im Shop sichtbar wird, kontrollieren Sie, ob auch die Kategorien für den Shop aktiviert wurden. Online-Shop Abgleich Im Moment wird aber noch nichts im Shop angezeigt. Wir haben zwar die Kategorien und den Artikel für den Shop aktiviert, aber diese Änderung wurde noch nicht an den Shop übertragen. Veränderungen werden nicht in Echtzeit zum Shop geladen, sondern können gezielt von uns mit einem Abgleich gesteuert werden. Wir schicken unseren ersten Artikel zum Shop. Wir klicken auf Online-Shop und es öffnet sich das Abgleichsfenster. Wir aktivieren die Checkbox Zusammenfassung anzeigen und klicken auf Starten. Nach dem Abgleich wird uns die Zusammenfassung des Shop Abgleichs angezeigt und wir sehen genau, was zum Shop geschickt und falls vorhanden, welche Bestellungen oder Kundendaten abgeholt worden sind. Wenn wir den Shop jetzt im Browser aufrufen, sehen wir die Kategorien und können unseren Artikel aufrufen und kaufen. Preis anpassen Und was soll unser Fußball kosten? Wir werden den Preis unseres Fußballs im Shop anpassen. Das machen wir in JTL-Wawi. Wir öffnen wieder die Artikeldetails. Wir können entweder den Standardpreis anpassen oder wir wechseln zu unserer aktuellen Verkaufsplattform Online-Shop Sommer. Hier steuern wir den Preis für unseren Fußball ausschließlich für diesen Shop. Wir lassen uns die Bruttopreise anzeigen und mit einem Doppelklick auf den Preis können wir einen neuen Shoppreis eintragen. Dann speichern wir die Änderung. Anpassungen zwischen Warenwirtschaft und Shop werden nur durch Online-Shop Abgleich übertragen. Wenn wir also im Artikel beispielsweise den Preis ändern, müssen wir zuerst einen Abgleich machen. Diesmal brauchen wir keinen Komplettabgleich. Ein normaler Abgleich reicht völlig aus. Übrigens, Sie müssen den Abgleich natürlich nicht immer manuell durchführen. JTL-Wawi kommt mit einem Automatisierungstool, dem JTL-Worker. Nähere Informationen über den Worker finden Sie in unserer Online-Dokumentation und in anderen Videos. Admin-Bereich Wie arbeiten Shop und Warenwirtschaft zusammen? Wir haben gelernt, dass wir Anpassungen an Artikeln und alles, was damit zusammenhängt, wie Beschreibungen, Bilder und Lagerbestände in JTL-Wawi pflegen. Als Faustregel können wir festhalten, dass kaufmännische Anpassungen am Shop in der Warenwirtschaft getätigt werden. Dennoch hat der JTL-Shop einen Admin-Bereich. Aber wofür eigentlich? Das schauen wir uns jetzt an. Die Anmeldedaten für den Admin-Bereich finden Sie auch in der E-Mail mit den Zugangsdaten bzw. auf der Installationsabschlussseite bei einer manuellen Shop-Installation. Wir rufen unsere Shop-URL gefolgt von slash admin auf und melden uns an. Im Admin-Bereich werden einmalige Einstellungen und reine Shop-Funktionen gesteuert. Zum Beispiel das Template oder der Newsletter wird über den Admin-Bereich gesteuert. Es ist denkbar, dass Sie als Händler nur mit JTL-Wawi arbeiten und sich ausschließlich Ihre IT-Abteilung mit dem Admin-Bereich auseinandersetzt. Logo einbinden So machen Sie den Shop zu Ihrem Shop. Wir werden jetzt in wenigen Schritten unser eigenes Logo in den Shop einpflegen. Wir klicken dazu auf Storefront und wählen Shop-Logo. Wir können jetzt eine Datei, die lokal auf unserer Festplatte liegt, auswählen und als Logo hochladen. Wir empfehlen eine Größe von 180 x 50 Pixel. Wir klicken auf Auswählen, wählen unser Logo aus und klicken dann auf Hochladen. Wenn wir jetzt ins Frontend vom Shop wechseln, aktualisieren wir die Seite und das neue Logo erscheint in unserem Shop. Der Admin-Bereich bietet noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Für nähere Informationen dazu schauen Sie in unserer Online-Dokumentation. Bestellungen Um eine Bestellung vom Shop abzuholen, muss erstmal jemand bestellen. Wir legen einen Artikel in den Warenkorb und gehen direkt zur Bestellung über. Übrigens, die Zahlungs- und Versandkonditionen werden auch im Admin-Bereich vom Shop gesteuert. Der erste Testkauf ist getätigt. Um die Bestellung mit JTL-Wawi abzuholen, machen wir wieder einen Shop-Abgleich. Nach dem Abgleich wechseln wir in das Menü Verkauf zur Auftragsliste. Unsere Bestellung ist hier gelistet. Shop-Bestellungen sind in dieser Liste gelb markiert. Wie wir Bestellungen weiterverarbeiten, schauen wir uns in anderen Videos an und in unserer Online-Dokumentation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.